Heute möchte die Kuberta Fahrradfahren gehen und sagt zu ihrer Freundin, lass uns ein Tandem nehmen. Dann radeln wir durch Holland, durch das Beemsterland und schauen uns ganz viele tolle Dinge an. Wir radeln von der Molkerei an Windmühlen vorbei, über die Beemsterpolder bis hin zur Käserei. Und unterwegs erzählen wir dann, was man aus Milch so machen kann. Da sind so viele leckere Sachen, die Menschen glücklich machen. Lecker Käse aus dem schönen Beemsterland, lecker mild, lecker Royal oder pikant, lecker Orangie, lecker Bio, lecker frisch. Und das alles wird gemacht aus unserer Milch. Ja, alles wird gemacht aus unserer Milch. Dann machen sie ein Päuschen nach einer langen Tour. Sie schauen zum Käsemeister, wie er den Käse rührt. Der entsteht aus unserer Milch, freut sich Bertha sehr. Dafür kam sogar einmal die Königin hierher. Und nun ist es Zeit, unser Weg ist ja noch weit. Wir radeln wieder heim, komm mach dich bereit. Und unterwegs erzählen wir dann, was man aus Milch so machen kann. Da sind so viele leckere Sachen, die Menschen glücklich machen. Lecker Käse aus dem schönen Beemsterland, lecker mild, lecker Royal oder pikant, lecker Orangie, lecker Bio, lecker frisch. Und das alles wird gemacht aus unserer Milch. Ja, alles wird gemacht aus unserer Milch. Lecker Käse aus dem schönen Beemsterland, lecker mild, lecker Royal oder pikant, lecker Orangie, lecker Bio, lecker frisch. Und das alles wird gemacht aus unserer Milch. Ja, alles wird gemacht aus unserer Milch.